Ja, moin Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal zu einem weiteren Apex Legends Video. Ich möchte euch heute eine absolut geile Runde zeigen, die ich erspielt habe. Ich habe vor ein paar Tagen eine Runde hochgeladen, meine bisher beste Runde verlinke ich euch hier nochmal. Diese Runde muss ich in Anführungszeichen leider revidieren. Diese Runde, die ich vorhin im Stream gemacht habe, die ist der absolute Burner. Bei der Runde geht es jetzt nicht unbedingt um meine meisten Kills, so ist es nicht. Wie viele Kills werden, das möchte ich euch hier nicht verraten oder ob es ein Sieg wird, verrate ich euch genauso nicht. Bleibt am besten bis zum Schluss dran. Diese Runde war die spannendste und beste bisher. Ich hatte, wie gesagt, mit Randoms gespielt. Das Team war absolut mega fähig. Wir haben zu dritt richtig, richtig geil zusammengespielt. Bitte schaut euch diese Runde bis zum Schluss an. Die ist der absolute Hammer und ich bin überzeugt, dass die Runde euch absolut gefallen wird. Bis zum nächsten Mal. Lasst einen Daumen und ein Abo, da würde ich mich sehr, sehr drüber freuen. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ultimate Accelerant hier. New kill leader. Walk it in. Backpack here. Level 2. Moin. Moin. Oh, yes. Half gone, half left. So, jetzt habe ich nämlich die Spitfire und die Devotion. Body shield here. Level 2. Get out there and bamboozle. Wo ist der Pammer? Da wollten sich welche mit uns anlegen. Ich nehme die Feuer, meine Freunde. Shooter, move! Das fand das Brot gebummst. Geil. Alter, das goldene Schild, das hält echt ordentlich was aus. Krass. Wo sind wir überhaupt? Achso, wir müssen in der Zone so langsam mal, oder? Ist manchmal angenehmer, wenn nicht so viel erzählt wird. Kann man sich manchmal doch ein bisschen besser konzentrieren, das muss man mal sagen. Let's explore this way. Das ist eine gute Idee. Mal noch. Die spielen auch sehr chillig. Okay. Ich nehme die Farbe. Ich gruppe die oder? Ja. Ich schade dieanzare. Ich Waters declaration. Ich beschwinde die Behandlung. Ja. Wir 분 blasten. Ja. Wippt! 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 Keine Ahnung, wo sie sind. Oh, sehr schön. Oh, sehr schön. Das glaubst du doch nicht selber, Alter. Ich bin zu 100% drauf. 100% drauf. Sehr schön, hast du super gemacht. Alter, wie der mich holt, obwohl ich voll drauf war. Oh, der Rang ist dicht. Danke. Das tut mir leid. Hör auf. Ich bin schon. Ja, du bist wunderbar. Danke. Thank you. Patching myself up. I just gotta patch myself up. Hostile close. Free him dead. He's taken down. Hostile right here, right to right. He's out. He's out. He's still there in there. Fishing fire crashing. Reloading. Need to recharge my shields. Recharging shields. Hostile close. We're in contact with the enemy. I have no idea how I come up. Two other squadres remain. Repairing. You're being aimed at. So, ich word auf jeden Fall... Angepingt. Got one spotted. Enemy spotted. They look small. ... ... ... Was ist das denn? Ernst von der Entfernung? Da kann ich nichts machen. Oh, Spitzer, Spitzer. Spitzer, Spitzer. Ich habe alles unter Kontrolle. Spitzer, Spitzer. 45 Sekunden, Rang ist nah. Oh, ich hasse das. Die Position. Die haben natürlich jetzt die bessere Position. Das müssen wir jetzt einfach mal sagen. Oh, okay. Danger, move. Oh, okay. Oh, okay. Oh, okay. Oh, okay. Oh, okay. Oh, okay. Over to the next ring. I smell victory. It smells kinda like... If I could put it in for dinner. Whatever. I'm ready for the enemy. I'm ready for my enemy. Recharging shields. I'm ready for my enemy. I'm ready for my enemy. I'm ready for my enemy. Go Bamboozle! Need to recharge my shields. 1, 5, beginning to repel down. Reloading. I am repelling like that. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Kontakt mit Ha... Kontakt mit Target! Kontakt mit Hostel! Just us, now. I'm loading. Ja, und da... Reloading. Reloading! I have the banner. Someone's getting his squad back. Der ist oben. Recharging shields. I have come to save the Hague. Maybe... I have been down. Kontakt mit Hostel! Only you and me left. Ich seh ihn nicht. Ohne Scheiß. Ich hab keine Ahnung wo er ist. Ohne Scheiß. Ohne Scheiß. Check out over there. Ich hab keine Ahnung wo er ist. Ich hab keine Ahnung wo er ist. Das ist ne Situation, die mir nicht gefällt. Was ist das? Schöne Falle Schöne Falle Was für ein geiler Sieg Was für ein geiler Sieg Alter, hab ich sie geholt Alter, mein schwerster und geilster Sieg Da krieg ich gleich Bauchschmerzen Oh, war das geil Oh, war das geil Oh mein Gott Oh Meine Fresse Oh Also ich hab noch nie so nach einem Sieg gezittert Ohne Scheiß Alter Falter Alter Falter Oh